Oh mein Gott, warte, 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 ich kann niemanden kähen, ich kann niemanden kähen, wie soll ich's hütten, ich hütte Fufu, ich hütte Fufu, ja. Ey Leute. Ich hab mich, ich wollte nicht, ich hab mich erschrocken, weil ich mich daran kam. What is love, baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. Hilfe. An. Oh, tot. Der Kill ist zwei Sekunden alt. Wenn überhaupt. Wo war Nefias, war der Monster Ball? Gibi, gibi, erklär dir mal, warum stehst du zur Tür von, von Matt Bay? Warum nicht? Die standen alle in Matt Bay? Ja, dann musst du ja den Kill gesehen haben. Also ihr, aber nicht den anderen. Wie hast du sie denn gebastelt? Weiß ich nicht, einfach, ich hab einfach behauptet, das ist Kami. Wow. Richtiger Chaos-Move. Ja, jetzt geht's mir. Konnt ich mir jetzt nicht verkneifen. Hä, was ist passiert? Tell me the story. Nein, 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 alles gut. Äh, alles gut. Ich schreib's dir nachher. Ja, oder sonst. Ich hab's mir vor gewartet. Oder hab ich wieder mich selbst gewartet, weil's wieder nicht ging? Ich hab's mir gewartet. Jetzt fliegt der dritte. Oh, scheiß. Mist, da war die Idee. Ja, ich hab alles im Blick. Ja? Das ist alle überwachsende Auge. Wo? Lass die... Wo? Und wieso... hä? Wieso hab ich die nicht gesehen? Wo? Oh. Ich hab ein Gipsel gefunden. Wo denn? Da, wo er gerade noch mit Julie stand vor, als wir Daniel sich das letzte Mal gesehen haben. Warte, was? Was ist jetzt los? Mitten vor dem Drops. Warte, no name. Ich rieche dich. Hi. Hi, no name. Ich rieche dich. Ah. 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 Ah, Luke, jetzt machs den ganzen Gestank wieder. Ah. Verdammel. Ich war gerade. Sharon, what the heck wo wo? Warum tust du das? Nein. Nein. Wieso? Ah. Ich hätte ihm nicht vertrauen sollen. Ich hätte ihm nicht vertrauen sollen. Ah. Ich sterbe. Ich habe einen guten Abstand zu ihm. Warte noch, Gippy. Ich habe kurz noch Cooldown. Wieso? Auf was Cooldown? Warte, jetzt kann ich. Gippy, lauf nicht weg. Bleib stehen. Bleib stehen, Gippy. Take me on. Was? Wer hat denn da sein, wer hat denn da sein Dampfkessel an? Entschuldigung. Julie war's. Julie war's. Nein, das war Maxi. Es geht um den Dampfkessel. Es geht um den Mord, oder? Nee, also folgende Situation. Julie sagte, sie hat noch Cooldown. Ich lauf Julie hinterher. Sex läuft mir hinterher. Maxi, kill dich. Okay, Yami und Lightning. Yami und Lightning haben das Ding hier gelöst. Oh my... What? Ja, das ist dein fucking Ernst. Ja, er ist gerade den ganzen Tag in den Bent rein und rausgespumpt. Aber ich sag's nochmal kurz. Leon hatte erst zugesagt, hat aber abgesagt, weil er doch keine Zeit hatte. Lennart hatte überlegt, ob er zusagt, hat aber nicht geschafft, weil Counter-Strike zu anstrengend war. Die Mafia-Mod spielen wir nicht, weil wir noch keinen Zugang bekommen haben. Shift-M, Shift-M, was ist nochmal... Hä, was? Äh, äh... Was ist nochmal Shift? Achso, Shift ist... Ah, okay, gut. Oder? Ja, perfekt. Lauf. So, wenn dir ein Gamekick hinterherläuft, ist das schon mal eine ziemlich doofe Sache. Weil es könnte, es könnte jeden erwischt. Pass auf, pass auf. Gamekick hat's direkt fertig gemacht. Alles klar. All right. So, pass auf. Das nächste, was du machst, du machst natürlich dann zwei, drei Tasks, damit du natürlich auch für deine Crewmate ein bisschen relevant bist und dann deine Tasks machst, ne? Macht ja Sinn, als Crewmate macht man seine Tasks. So, machst du die dann schnell. Zack, zack, zack. Gehst du dann jetzt einmal in die Kamera und dann, was du dann sehen wirst, ist ein Buddy. Danke, Gamekick, ich hab richtig Angst gerade gehabt. Eimer. Rasierapparat. Ach, komm, Sven! Oh mein Gott. Ja, weil Mentor so ein richtiger Hund ist. Äh... Okay, GG an den Imposter. GG, Kunran. Nein. Nein. Ich dachte, das ist der safe, dass du das zu lösen kannst. Oh mein Gott. Ich bin der Teufel. Aber ich hab's geschafft. Alter, die Sucherei nach der... Ja, was ist denn jetzt los? Auf Cooldown gekillt. Was ist denn hier los? Okay, ich weiß gerade vor Happy so, oh, Solitares gefunden. Okay, ich glaub, wir können aufgeben. Warte mal. Don't do it, Tay. Wo wart ihr? Wo wart ihr? Fly war mit mir im Spaciment. Ich hab gerade Biest gesucht, weil der als erstes gestorben ist. Ich dachte erst, der wäre ein Laboratory. Laboratory lag allerdings nicht, weil da drei Leute am Anfang drinnen waren. Ähm, dann hab ich drei Leute in O2 gesehen. Da war... Wollte ich gerade hin, aber... Da bin ich nicht mehr hingekommen. Nee, wurde denn überhaupt gefunden gerade? Also gerade habe ich Solitares gefunden. Nee, 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 Shikagoku wurde gefunden. Nee, 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 nee Bis zum nächsten Mal.